Herzlich Willkommen zur kreativen Videobearbeitung mit Casablanca und Bogart SE, Folge 9. Hier zeige ich Ihnen und Euch jetzt einen ersten Überblick über die neuen Themen. Viel Spaß dabei! Wir schauen uns die Möglichkeiten der neuen Programme Aspector, Spice Creator und natürlich auch von Arabesque 7 an. Wichtig sind auch die optimalen Projekteinstellungen und der gute Ton. Aber auch die kreativen Gestaltungsmöglichkeiten sind dabei. So werden wir unter anderem ein Bild in Ebenen animieren oder auch einen Polaroid-Titel erstellen. Wir arbeiten bei allen Workshops mit der Systemsoftware Bogart SE 8.3. Aber auch mit früheren Versionen können Sie die gezeigten Workshops nachvollziehen. Musik 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 Musik